Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt offizielle Inhalte vom Paris DLC in der Siedlung, die schauen wir uns an. Außerdem zeige ich euch die neuen Skills, die mit dem letzten Update gekommen sind. Und wir haben ein neues Werwolf-Set und ein Jörgen-Gander-Set entdeckt, dank Andy Reloads. Das gucken wir uns auf jeden Fall heute alles an, bleibt also dran. Heute startet ja das Siegelblutfest und dazu wird es auf jeden Fall auch ein kleines Guide-Video von meiner Seite geben und ein Lore-Video, was das genau eigentlich war. Dementsprechend, wenn ihr die nicht verpassen wollt, die Videos, lasst jetzt gerne ein Abo da. Auf jeden Fall legen wir los mit dem ersten Thema von heute, nämlich den Skills. Hier im Rahmenbereich haben wir natürlich die erste Skillung, nämlich Leichtfinger, super easy. Gab es auch schon in Odyssey und ist im Endgame auf jeden Fall extrem nützlich. Man läuft einfach am Loot vorbei und kann es instant aufnehmen, ohne irgendwas zu klicken. Sehr angenehm. Dann die Fähigkeit Kriegslust. Dort erhöht sich das Adrenalin, solange du im Kampf bist. Finde ich ein bisschen OP, gerade wenn man im Bosskampf ist oder so. Ich weiß nicht, ob das dann ausgestellt wird oder ob das dann, sage ich mal, nur für 5 Sekunden ist. Das könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wenn ihr sie schon ausgetestet habt. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Bereich, nämlich dem Bärenbereich. Wir alle haben es vermisst, den Spartan Kick und nun kommt er zurück nach England, nach Norwegen, nach Valhalla. Nämlich über die Fähigkeit Hydro Stoß. Das ist nicht mit unserer Fußsohle, sondern mit unserem Knie. Damit können wir Gegner nach hinten stoßen, runter stoßen. Auf jeden Fall, ja, nach vorne stoßen. Ganz nice eigentlich. Und wir werden auf jeden Fall in den kommenden Streams einige Spartan Kick Momente sehen. Die zweite Bärenfähigkeit ist nicht ganz so spektakulär. Iduns Herz. Da könnt ihr passiv verlorene Energie kurzzeitig wieder herstellen. Über einen längeren Zeitraum. Ganz nett eigentlich. Aber glaube ich, die Fähigkeit wird nicht genutzt. Wolltet ihr sie nutzen? Habt ihr eine andere Fähigkeit dafür? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Lasst uns da austauschen und die besten Skillungen finden. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der liebsten Skillung von allen. Nämlich dem Wolfsbereich. Da haben die meisten wahrscheinlich Spaß dran, mit dem Bogen zu agieren. So wie in Odyssey. Und die erste Fähigkeit ist Überlebensinstinkt. Und dort kannst du eine Taste drücken. Beim PC ist es halt H. Wenn du ein Drittel, beziehungsweise weniger als ein Drittel deiner Lebensenergie hast. Und dann füllst du ein bisschen von dieser Energie wieder auf. Und die zweite Fähigkeit ist Wolfskrieger. Ich denke, die macht sich extrem gut in Bosskämpfen. Je weniger Energie du hast, je weniger Lebensenergie du hast, desto mehr Schaden machst du. Und gerade im Bosskampf, gerade wenn du am Ende bist oder bei den Mastery Challenges. Ah ne, verdammt, kannst du ja nicht verwenden. Aber sonst, außerhalb der Mastery Challenges, glaube ich, eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Und das waren die Fähigkeiten, Leute. Zwei neue Fähigkeiten. Das Level Cap wurde angehoben. Ich habe jetzt aber keine genaue Informationen, wie viele Level. Also hoffentlich habt ihr noch ein paar Aufträge übrig in England, die ihr machen könnt, um ein bisschen zu leveln. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema, nämlich dem Wolfs-Set, beziehungsweise dem Werwolf-Set und dem Jörmungandas-Set. Denn der liebe Andy Reloads hat gestern dank PETA wieder zwei Videos machen können, wo er uns die neuen beiden Sets gezeigt hat. Zum einen das Werwolf-Set und zum anderen das Jörmungandas-Set. Wir fangen mit dem Werwolf-Set an. Denn hier finde ich tatsächlich die Waffe extrem krass. Diese lange Sense, sehr heftige Waffe. Und den Raben finde ich auch sehr schön. Und den Bären finde ich noch viel schöner als den Polarbären, um ehrlich zu sein. Also das wäre auch wieder so ein Ding, was ich mir kaufen würde. Wahrscheinlich dieses Bären-Mount mit diesen Runenschriften an der Seite. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Auch der Rabe, ähnliche Runen. Und ja, vom normalen Set her, also die Rüstung finde ich jetzt nicht so krass beim Werwolf-Set. Das würde ich, glaube ich, mir nicht holen. Da mache ich auch, glaube ich, kein Video drüber. Aber das nächste Set, nämlich das Jörmungandas-Set, das ist auf jeden Fall extrem wild. Das finde ich extrem gut und hat einen größeren Bezug, finde ich, zur nordischen Mythologie. Denn Jörmungandas ist die Welten-Schlange. Sie sieht man auch auf ganz vielen Runensteinen rund um England und Norwegen und Irland. Und hat da eine große Bedeutung. Einfach diese Anspielungen auf die Schlangen und vor allem auch das Flugtier mit dem Drachen und dieses Schwarz- und Goldene sind einfach unglaublich schön. Auch das Pferd ist sehr, sehr stimmig und gefällt mir extrem gut. Also dieses Set werde ich mir persönlich, glaube ich, auf jeden Fall kaufen, um es euch dann in dem Video zu präsentieren. Also macht euch drauf gefasst, ja. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann hört ihr auf jeden Fall, wenn ich das Video rausgehauen habe. Und das waren auf jeden Fall die beiden Sets, die dann in der Zukunft vielleicht nächste Woche schon oder erst in vier, fünf Wochen kommen werden. Ja, und jetzt wollt ihr wahrscheinlich sehen, was es mit dem neuen Paris-DLC-Gebäude auf sich hat. Denn wenn wir in der Siedlung sind, haben wir natürlich neue Updates. Wenn wir zum Festplatz gehen, sehen wir schon, dass die Leute fleißig gearbeitet haben. Und die ganzen Holzbäume da, ganz genau, weil Bäume bestehen aus Holz, die Bäume da weggefegt haben. Und schon einen neuen Festplatz aufgebaut haben und vorbereitet haben. Und hier natürlich, der Support ist quasi schon fürs Segelblutfest da. Und wird dann heute wahrscheinlich 13 Uhr oder 18 Uhr, denke ich mal, kommen. Ich habe noch gar keine Info, weil ich das ja am Tag vorher aufnehme. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir tatsächlich, dass dort hinten etwas ist. Und genau wie beim Irland-DLC haben wir hier schon den ersten Support, den ersten neuen Bauplatz fürs Gästehaus. Denn wir werden dort ein Gästehaus bekommen. Wenn wir dort rangehen, sehen wir, da ist kein richtiges Gebäude. Es ist nur ein Bauplatz. Wir sehen aber ein Schild und wenn wir rangehen, dann können wir in den Shop gehen. Und sehen auch schon im Shop, dass dort schon das Paris-DLC zu sehen ist. Man kann es schon theoretisch kaufen. Man hat einen kleinen Text dazu. Und diesen Stein, den habe ich dort hingemacht. Das ist nicht von Assassin's Creed gemacht. Wäre aber auch eine coole Edition eigentlich. Ja, das war auf jeden Fall das Gebäude, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Der erste Bauplatz, der erste offizielle Inhalt. Und ich hoffe, ihr seid nicht ganz so traurig. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich habe immer so jemanden im Hintergrund. Ich weiß gar nicht. Eivor, was meinst du denn? Hast du verstanden, was sie gerade gesagt haben? Was? Hör ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Meth trinken. Auf das wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor. Hör ich mal. Untertitelung des ZDF, 2020